Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Und das ist die gute Rasse, die dir zu teuer war. Gibt's ne Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen? Ne, jetzt bin ich ja fertig. Ist ja klar, dass ihr euch einig seid in eurer scheiß kapitalistischen Art. Dann lasst doch. Ey, Vorsicht. Mir ist schon klar, es ist so gut wie unmöglich, jetzt allein über den Winter zu kommen mit sowas? Es schwindet aus meinem Leben. Franziska! Haut ab! Willst du Mama und Papa nicht wenigstens eine Chance geben? Dir geht's echt nicht gut mit dem Ganzen. Du machst alles nur noch schlimmer! Willst du? Du kannst immer noch gewinnen, wenn du kluge Züge spielst.